Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin. Guten Abend zu unserem Freitagsduell. Heute mit Andrea Ktollski, ehemalige Gesundheitsministerin, früher bei der ÖVP, dann aus Protest wegen Schwarz-Blau in Niederösterreich aus der ÖVP ausgetreten und jetzt wieder als Ärztin im Spital tätig. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und andererseits Ursula Stenzel, früher einmal lang beim ORF, dann für die ÖVP angetreten, dann für die FPÖ und jetzt wieder als Freie Journalistin tätig. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch. Danke sehr. Das erste Thema, das ich ansprechen will, ist dieser Anstieg von Antisemitismus und Antisemitischen Übergriffen in den USA, in Europa, auch in Wien. Perverserweise kann man fast sagen, nach dem extrem brutalen Hamas-Terror-Massaker auf Israel. Jetzt wurde zuletzt hier in Wien sogar ein Brandanschlag auf den größten jüdischen Friedhof gemacht. Es wurden Hackenkreuze aufgemalt, wirklich zerstört. Was ist hier eigentlich los? Ich bin sehr verunsichert und würde sagen auch fassungslos, weil ich mir nicht vorstellen hätte können, dass nach all dem, was letztendlich in den letzten 100 Jahren passiert ist und noch viel länger, es möglich ist, dass so schnell und so direkt und so brutal diese Übergriffe wieder stattfinden. Und ich kann es mir nur dahingehend erklären, dass wir leider Gottes latent diesen Antisemitismus immer gehabt haben, dass er gesellschaftspolitisch und mit viel Kraftanstrengung überdeckt worden ist und dass jetzt eigentlich durch diese Situation, die sich ja sehr, sehr stark auch in einer sozialen Medienlandschaft abspielt, in Blasen abspielt. Es warnen ja auch viele Pädagogen davor, die Jugendlichen und Kinder zu stark jetzt in diesen Medien zu lassen, einfach aus dem Grund, weil sich Blasen bilden, die ihnen vorgaukeln, dass das, was derzeit passiert, das Richtige ist. Und wir mit einer Jugend konfrontiert sind, die offensichtlich eben sehr, sehr viel zu wenig geschult, sehr, sehr viel wenig gebildet in dieser Frage ist und daher aus diesen Blasen heraus natürlich auch das für richtig hält. Ich weiß mir derzeit auch gar nicht einen Reim drauf zu machen, wie man da, außer immer wieder ganz, 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 ganz klar dagegen aufzustehen, wie man hier umgehen sollte. Aber es muss schnell passieren, weil das ist ein Brand, das ist ein Flächenbrand. Und das Letzte, was ich mir für unser Land und für Wien und für diese Stadt wünsche, ist, dass Menschen Angst haben. Also ich bin zutiefst erschüttert und ich will sofort sagen, warum. Ich hänge meine jüdische Verwandtschaft mütterlicherseits nie an die große Glocke, aber ich bin stolz auf meine jüdische Verwandtschaft. Ich hätte, habe mir oft gedacht, wenn in Österreich oder in Europa der Antisemitismus wieder hochkommt, würde ich, sitze ich auf den Koffern und wo werde ich hinfliegen? In das letzte Refugium, das dazu gedacht ist, nicht in die USA, dort gibt es auch einen Riesen-Antisemitismus, nicht nach Frankreich, dort gibt es ihn auch. Nein, ich wäre nach Israel gegangen auf meinen alten Tag. Da kann man jetzt auch nicht hingehen, weil hier eine fanatisierte Terrorbande wie die Hamas Israel als Staat nicht anerkennt und auch die Hezbollah und dieses Land mit Raketen beschießt, ununterbrochen. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir es kaum mehr wahrgenommen haben bis zu diesem Terrorakt. Gut, jetzt ist die Gegenbewegung da, also die Antwort Israels, die ich als legitim erachte, wobei ich immer dazu sage, ich halte die Palästinenser nicht für kollektiv schuld, aber ich mache sie genauso verantwortlich wie Nazi-Mitläufer in Europa, in Deutschland und Österreich von 38 bis 45, die halt hier ein bisschen weggeschaut haben. Die Palästinenser dort haben sehr weggeschaut. Sie haben nämlich übersehen, dass sie auf einem Pulverfass sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes, das jederzeit hochgehen kann. Und sie sind auf einer unterirdischen, hochgerüsteten Stadt gesessen, mit dem Ziel, Israel zu vernichten. So, das ist einmal das eine. Das zweite ist, man muss unterscheiden zwischen dem inländischen, wenn man so will, Antisemitismus, der nicht mehr als so gefährlich erachtet wurde von Fachleuten und wird, weil er auch nicht zur Gewalttätigkeit in dem Sinn neigt. Gewalttätig, weil es sich mischt mit dem Antizionismus, also dem Kampf gegen Israel und mit der Solidaritätsgefühlen mit den Palästinensern, die jetzt einem Mordsbombardement und schrecklichen Dingen ausgesetzt sind, das ist eine gefährliche Mischung. Aber ich muss noch ein Persönliches dazufügen. Ich bin entsetzt, dass man einen Friedhof angreift, dass man eine Vorhalle zum Gedenken angreift, im jüdischen Friedhof, der zerstört wurde in der Kristallnacht von den Nazis, den man dann viel später wieder in den 60er Jahren rekonstruiert und wieder aufgebaut hat. Und ich mache wirklich diese Regierung, den Innenminister in erster Linie, aber auch den Chef des jetzigen BVD, wie das neuerdings heißt, habe ich schon vergessen oder verdrängt, mache ich wirklich haftbar bitte dafür, dass man nicht rund um die Uhr hier Sicherheitspersonal abstellt. Man kann sich doch vorstellen, bitteschön, was hier passiert. Es war vor aller Seelen, vor aller Heiligen, Unmengen von Menschen gehen da auf die Friedhöfe und ihre Toten zu gedenken. Da schleicht sich natürlich vieles ein, da beschütze ich, aber sichtbar, sichtbar, nicht mit einer fahrenden Patrouille. Dieses Gebäude schon allein, um ein Zeichen zu setzen, das ist nicht passiert. Und bis jetzt, ich habe heute in der Bundespolizei angerufen, um die letzten Recherchen zu haben, man hat mich verwiesen als Bürgerin zum Bürgerservice. Das ist ja ungeheuerlich, bitte. Ich habe den Verdacht, dass man so lange ermitteln will, bis man die richtigen Täter ausfindig gemacht hat, im rechten Eck und nicht dort, wo der Islamismus seine Fratze fallen gelassen hat. Das ist bitte mein Verdacht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, was da so lange dauert, dass man nicht einmal andeuten kann, in welche Richtung hier ermittelt wird. Ich habe einige Informationen, die hier, wie man sagt, so schön in alle Richtungen gehen. Das ist jetzt natürlich derzeit ein großes Thema. Generell gibt es drei Formen von großem Antisemitismus, die man immer im Fokus hat, aber jetzt halt speziell. Es gibt den quasi Autochtonen, den Rechtsextremen, teilweise auch katholisch Motivierten, aber bleiben wir mal beim Rechtsextremen, die übrigens gerade weltweit an der Seite Neonazis mit Hamas-Befürwortern demonstrieren. Dann gibt es natürlich auch, der ist genauso traditionell, einen linksradikalen Antisemitismus. Auch das ist nicht neu, aber er zeigt sich jetzt immer deutlicher. Und dann gibt es tatsächlich den, den der FBI-Chef zumindest derzeit, Man muss immer dazu sagen, derzeit, weil es gibt schon auch Neonazis, die zum Beispiel in einer Synagoge in den USA Menschen getötet haben. Ich sage es nur dazu. Aber derzeit als tatsächlich die gefährlichste Form ansehen. Ist das etwas, das in Österreich genügend diskutiert wird oder wird das falsch diskutiert? Ich denke mir, es ist gar nicht diskutiert worden, weil 90 Prozent der Leute wissen das gar nicht. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass 90, wenn nicht 99 Prozent der Menschen in Österreich nicht die geringste Ahnung haben, dass es unterschiedliche Formen des Antisemitismus gibt. Jetzt ist das für mich völlig klar, das ist natürlich eine Anlassgeschichte, aber zumindestens jetzt müssen wir darüber sprechen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass man halt immer in Österreich die Schwierigkeit hatte, dass wir ein Kommunikationsproblem haben. Das lernen wir vom Gesundheitswesen bis hin zu allen möglichen wissenschaftlichen Themen in der Pandemie. Und das muss einmal auch auf den Tisch kommen, nicht? Und da ist, ich weiß, die Frau Schenzel explodiert gleich, aber wir wollen die Diskussion trotzdem auf einer normalen, hohen Ebene halten. Ich möchte nur auf etwas dann hinweisen. Ich bin jetzt da dran und deswegen sage ich jetzt meinen Sachen. Sie können dann eh gleich. Ich verharmlose überhaupt nicht, Frau Schenzel. Und wenn Sie mir unterstellen, wenn Sie mir unterstellen, dass ich verharmlose, weil Sie mit Ihrer jüdischen Familie kommen, dann kann ich auch mit Familie kommen. Das tue ich aber nicht, weil wir sind hier in einer Fernsehdiskussion und es geht darum, nicht persönlich zu emotionalisieren. Sie müssen mich nicht belehren. Ich emotionalisiere nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen. Sie braucht jetzt nicht darauf hinweisen, weil ich jetzt an Bord bin. Ganz einfach. Darf ich sagen? Wir haben hier jetzt eine ganz normale Situation. Wir haben eine ganz... Ich bin sehr dafür. Ich persönlich jetzt einmal meinen Satz zu Ende sage. Sagen Sie ihn zu Ende und dann darf ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Sie haben die ganze Zeit geredet. Ich höre Ihnen ja auch die ganze Zeit zu, wenn Sie hier emotionalisieren. Und ich verstehe das. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich bin Ärztin, ich bin Psychotherapeutin. Ich verstehe, dass Sie emotionalisieren. Das heißt aber trotzdem, dass wir darüber reden müssen. Oder sollen wir stillschweigen? Das wollen wir ja wohl nicht. Also das heißt, wir haben Fehler gemacht in den letzten Jahrzehnten. Wir haben es zu wenig genannt und da verharmlose ich überhaupt nicht. Sondern ich bestehe darauf, dass das eben jetzt an die Tagesordnung kommt und dass man darüber redet. Mehr kann man ja im Moment nicht tun. Sie haben ja völlig richtig gesagt, man kann schützen. Das ist zu fordern. Das ist gar keine Frage. Da bin ich auch von Ihnen überhaupt nicht entfernt. Ich weiß auch nicht, wieso Sie so furchtbar sich aufregen oder mir unterstellen, dass ich mich da nicht aufrege. Sondern ich bin vielleicht ein bisschen ruhiger in meinen Worten. Aber das ist auch schon das Einzige. In der Emotionalität sind wir sicher sehr gleich, weil das emotional ist. Und das ist so zu machen. Da darf ich... Kein Problem. Natürlich, ich gestehe, dass ich hier emotional auch bin. Ich bin aber auch sehr rational. Und was mir an Ihrer Argumentation ein bisschen fehlt, Sie haben jetzt den Katholizismus erwähnt und so weiter. Natürlich, das waren Sie. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Wir haben, ich kenne das Buch, ich habe es gelesen, es ist in meiner Bibliothek von Friedrich Heer, der Glaube des Adolf Hitler. Ich kann es nur jedem empfehlen. Denn hier ist fest, wirklich untersucht, die christlichen Wurzeln des Antisemitismus. Ja, keine Frage. Aber wir haben das ja nicht abgestritten. Die Juden haben also Jesus ans Kreuz genagelt. Die Kirche hat sich davon wirklich distanziert. Ich bin christianisiert, ich bin sozialisiert in der katholischen Kirche. Ich befasse mich mit der Diskussion um Pius XII. Natürlich. Ich habe aber wahrgenommen, wie der polnische Papst reagiert hat, wie seine Nachfolger um Verzeihung gebeten haben, die Synagogen in Rom und so weiter besucht haben. Also die Kirche hat hier vom Kopf bis runter eine total gute Haltung, auch immer eingenommen. Und das ist einmal das eine. Der latente Antisemitismus, die Juden haben ein Geld, sie waren die Marxisten, sie waren die Freimacher und sie waren die Kapitalisten, ist irgendwie mit der Muttermilch eingesogen worden. Gewalttätig, zur Gewalttätigkeit laut Studien neigt der islamistische Antisemitismus. Das habe ich gesagt, das ist derzeit am Ende. Aber das haben wir ja ich gesagt. Ich habe nur versucht, wo liegt das Problem? Nein, ich möchte nur sagen, ein Manko, was heißt, wir haben nicht darüber geredet. Es wird ununterbrochen darüber geredet. Nein. In allen Medien. Ich kann Ihnen jetzt, ich gebe Ihnen einen Mund auf die Straße und wir gehen am Naschmarkt und wir fragen 20 Menschen, welche Formen von Antisemitismus es gibt. Nein, das muss ich nicht fragen. Wie sehen Sie Ihren Juden zum Beispiel? Das ist viel einfacher. Nein, wir haben eine Erinnerungskultur, die wir beschwören, ritualisiert, mit dem Mauthausengedenken und so weiter und so fort. Und das ist jetzt schlecht. Wir haben eine Erinnerungsverpflichtung in den Schulen. Es wird unterrichtet in der politischen Bildung. Wir haben SOS-Mitwensch, wir haben Yes, we care. Wir haben das alles. Wir haben in den Medien ein ununterbrochenes Erinnern auf ORF3, auf Dreisat, auf Arte und Phoenix und ZDF. Wer schaut ORF3 an? Ich schaue es mir an, Sie sind wahrscheinlich die Einzige. Nein, weil man es in... Ja, aber da lernt man ganz schön viel. Ich lege es. Sie meint ja nur, dass die Mehrheit das nicht hat. Die Mehrheit das weichern soll. Was Österreicher hat es nicht. Politische Bildung wird nicht unterrichtet. Ich behaupte jetzt die These, stelle ich auf, dass die wirkliche, also für, wenn man das verfolgt, das sehr, sehr dauernd Latente immer wieder erinnern an den Holocaust, ja. An die Grauen, die da waren, an die Verbrechen der Nazis braucht man, dass man in Schulen oft hört von Kindern, ah, jetzt müssen wir schon wieder darüber reden. Sie haben keinen Bezug dazu. Und wenn man sagt, wir machen einen Ausflug nach Mauthausen, ja, schaut sich diese Städte des Grauens an, oder Auschwitz, oder Buchen, oder was immer hier ist, ja. Dann empfinden das die meisten Menschen als eine ungeliebte Pflichtübung. Also die ganze Aufarbeitung der sogenannten Erinnerungskultur, die von Eliten gefördert wird, von Regierungen natürlich unterstützt wird, von Unterrichtenden und so weiter, hat eigentlich sehr wenig gebracht. Und bei den islamistischen Migranten stößt sie von Haus aus auf Taube, nein, man muss noch einmal... Frau Stenzel, Sie sagen jetzt soeben rommeln. Na, ich will Ihnen sagen, 90% der Schulkinder wissen es nicht. Ja, dann sollte man vielleicht mal unterrichten, anständig geschieht. Das habe ich ja soeben gesagt. Und nicht in politische Bildung verstecken, sondern das ist eine Querschnittsmaterie von Literaten... Aber wir reden jetzt schon ein bisschen durcheinander, oder? Nein, aber ich sage nur, die ganze Erinnerungskultur hat versagt. Na, das habe ich ja auch gesagt. Aber sie ist schlecht. Sie hat versagt. Damit sind wir Gott sei Dank einer Meinung. Gut, ich glaube auch, dass es ein Missverständnis war, weil es war... Sie haben sich Ihre Emotionen wieder runtergeredet. Wir sind einer Meinung, Sie haben viel längere Worte gefasst, aber es ist genau das. Aber ich möchte jetzt auf die Jetzt-Zeit dazukommen, weil es ja auch Lösungen braucht. Also eben, wie gesagt, der FBI-Chef sagt es, ich war gerade in Frankreich, auch in Frankreich sagt man es, wobei dort niemand neonazistische Aktionen quasi kleinredet, weil sie wissen, dass auch da immer wieder Anschlagspläne sind. Aber trotzdem die akute Gefahr von islamistischer Gefahr. Jetzt sind wir uns, glaube ich, alle hier einig, dass zu wenig darüber geredet wurde. Damit keine Missverständnisse herauskommen. Was könnte man jetzt konkret machen oder was müsste man auch als Politik, als Gesellschaft machen? In Wahrheit ist alles zu spät, weil natürlich alles, was wir jetzt tun, Zeit braucht. Und Zeit haben wir nicht. Das heißt, auf der einen Seite völlig richtig, und Frau Stenzl kann es nicht fassen, aber ich unterstütze ja ununterbrochen in meinen Aussagen, ist es natürlich so, dass wir schützen müssen. Das ist gar keine Frage, weil dieses Bild, dass das Zerstören richtig ist, das dann durch soziale Medien noch mitgetragen wird, meines Erachtens eben genau diesen Kreislauf nach unten und diese Spirale nach unten entwickelt. Das heißt, ich muss schützen, ich muss schauen, dass überhaupt einmal nichts passiert. Weil dieses Bild darf nicht in den Köpfen der Menschen sein. Das ist das eine. Das zweite ist, auch wenn die Frau Stenzl sagt, es ist zu viel oder es wird zu viel gemacht oder es wird eh gemacht, ich glaube, dass man überprüfen muss, ob es wirklich gemacht wird, weil ich glaube, dass eben nicht, dass in den Schulen diese Zeit wirklich in die Köpfe der Jugendlichen und der Kinder vordringt. Ich erinnere an die Geschichte damals mit der ÖBB, wo die ÖBB sehr gut reagiert hat, und da muss ich Ihnen auch widersprechen, weil das ist sehr, sehr gut bei den Lehrlingen angekommen, dass nach diesem Übergriff eben regelmäßig in der Lehrlingsausbildung der ÖBB ein Besuch in Mauthausen vorgenommen wurde und das wurde sogar sehr positiv angenommen. Das heißt, solche Reaktivitäten müssen meines Erachtens auch im sozialen Leben und in unserem täglichen Leben stattfinden. Und wir müssen uns noch einmal hinsetzen, wir haben hervorragend qualifizierte Expertinnen und Experten, die mit den Mauthausen-Zentren und mit dem immer stärkeren auch darauf hinweisen, wissen, um was es geht, auch vernetzt in Europa. Und dort müssen wir schauen, wie wir Schritt um Schritt sehr wohl dieses nicht ununterbrochen den Leuten aufzwingen, sondern die Leute müssen es verinnerlichen. Es muss ganz klar sein, dass es nicht geht, dass das etwas ist, das so ein No-Go ist, wie es kein weiteres mehr gibt. Und ich glaube, dort müssen wir sein. Also wir sind immer sehr gut, was die Diagnosen und die Maßnahmen der Vergangenheit betrifft. Wir sind sehr schlecht, was die Maßnahmen für die Gegenwart betrifft. Und ich muss ehrlich sagen, das ist, was jetzt geschieht, ist, und hier müssen die Medien deutlich einsteigen und auch die Lehrkräfte auch an Schulen, wo hauptsächlich also islamische Kinder sitzen, die jetzt die Opferrolle der Palästinenser sehen, die von zu Hause aus entsprechend natürlich beeinflusst sind. Und wir haben hier schon auch ein großes Problem, wie kommt man an die heran? Und die empfinden es oft als sehr störend, wenn man über das Judenproblem spricht, das es hier gegeben hat und das es auch im Nahen Osten das mit Israel gibt. Die verwechseln vieles, die finden sich alleingelassen, gerade jetzt. Und was wir jetzt aber haben, ist die Täter-Opfer-Umkehr. Israel bombardiert massiv, ja, tut es, entsetzlich, man muss nur wissen, warum. Aber sie riskieren ihr Leben auch dabei, nicht nur das der Palästinenser in den Gazastreifen. Also es ist keine Vertreibungs- und Genozidpolitik, wie die UNO schon insinuieren möchte, die eine dritte Weltorganisation ist, das findet großen Widerhall, wenn man diese Meldungen sieht. Wir sehen die Meldungen im Netz, viele, viele Fake News, das Netz Social Media, also wimmeln nur von Fake News. Dagegen muss man wirklich ankämpfen. Was Israel hier tut, ist kein Angriffskrieg à la Putin auf die Ukraine. Es ist eine Verteidigungsmaßnahme, die das Überleben sichert und die militärisch zu erklären ist. Das klingt furchtbar, mir tut auch jeder leid, der unschuldig in so ein Bombardement kommt, ja. Aber de facto müssen sie die Infrastruktur der militärischen Hamas ausschalten. Und das können sie nur, wenn sie von oben einmal sozusagen das Feld frei haben und dann unten reingehen. Sie gehen ja auch rein mit Robotern in dieses Riesentunnelsystem, um diese Tunnels mit einer Art Betonschaumischung zu verstopfen. Da gehen sie nicht einmal selber rein und dann stellen sie sich dem Kampf gegen die Hamas-Kämpfer, die Guerilla auch. Ich weiß nicht, wie viele Opfer schon zu beklagen und die anderen auch. Also das eine ist ein militärischer Konflikt und nicht bitte Vorsicht jetzt mit der Täter-Opfer-Umkehr. Das fällt auf fruchtbaren Boden. Gerade weil wir eine große migrantische Szene haben in Wien und in Berlin und in Frankreich und in Großbritannien. Und die macht sich selbstständig. Die sind nicht integriert. Die haben ihr Eigenleben. Und wir haben durch unsere Willkommenspolitik das mit hervorgerufen. Und der Ariel Muzikant hat auch darauf hingewiesen, der ehemalige Präsident der Kultusgemeinde. Ich würde trotzdem gerne noch einmal zu den Lösungsansätzen kommen, weil grundsätzlich, dass viele Menschen, und es ist nicht nur, weil das verwechselt wird, alles wird auf 2015 bezogen. Ich habe das in Frankreich gesehen. Da reden wir von Menschen, die sind zweite, dritte Generation. Die sind fanatisierter als die Großeltern, die ursprünglich Frankreich wollten, Frankreich geliebt haben und immer noch das westliche Leben wollen, das ihre Enkelkinder jetzt ablehnen. Aber wie erreicht man die? Weil natürlich, die lernen schon auch in den französischen Schulen, natürlich auch hier schon, dass der Holocaust stattgefunden ist. Aber da passiert ja jetzt mit diesen Wörtern, die die Ursula Stenzel, dieses ewige Genozid rufen, ist ja auch der Versuch, einerseits den Holocaust irgendwie beiseite zu schieben. Wie erreicht man die, wenn der Großteil der Informationen... Hätte ich eine Lösung dafür, würde ich es verkaufen und würde ich als Berater... Ich glaube, das Schwierige ist, weil sie sich abschließen, weil sie natürlich abgeschlossen sind. Ich kann es ja immer nur vergleichen, ich bin ja nicht so geopolitisch bewandert wie die Frau Stenzel, sondern ich komme aus der Gesundheitspolitik, da bin ich bewandert. Und wir haben ja ähnliche Situationen im Gesundheits- oder in Präventionsbereichen gehabt. Wie kommt man zu diesen Bevölkerungsgruppen, um ihnen Prävention einzubringen? Und da war genau dieselbe Problematik, dass du dort einfach nicht hineinkommst, weil dort andere Strukturen herrschen, weil dort andere Sitten herrschen, weil du dort oft die Frauen nicht, die die Gesundheitsverantwortlichen sind, nicht erwischst. So erwischst du die Jugendlichen und Kinder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nachdenke drüber, kann ich mir vorstellen, dass ich Verbindungsoffiziere brauche. Ich brauche echt die Vertrauensleute, die dort hineingehen und die einfach einmal überhaupt Informationen weitergeben. Ich glaube halt schon, dass wir verschiedene Dinge nicht zurückdrehen können. Wir können die sozialen Medien nicht zurückdrehen. Und die sozialen Medien sind meines Erachtens derzeit, wie in vielen Fällen, Grund und um und auf, warum das natürlich noch einmal ein Stück mehr radikalisiert. Nur herzugehen wie in China oder wie in Russland und sagen, wir drehen es ab, das ist natürlich in einer demokratischen Struktur nicht möglich. Aber dort zumindestens zu senden, da gebe ich dir das Verständnis sehr recht, die Medien verantwortlich zu machen und heranzuziehen, um verstärkt zu senden. Aber da muss ich ganz kurz sagen, weil wir berichten ja die ganze Zeit, wir berichten auch was, die Hamas für Gräueltaten gemacht haben. Aber wie bringt man Menschen dazu, Fakten anzunehmen? Ich glaube, ich glaube, ich würde, ich muss, wie viele auch politische Wissenschaftler und Beobachter, ja, es ist natürlich eine große Frustration da. Erstens, weil die Palästinenser sich betrogen fühlen um einen Staat. Nummer eins. Und zweitens, die, die ausgewandert sind und die vielen, also Migranten, die legal oder illegal zu uns oder nach Frankreich, England und so weiter gekommen sind, die fühlen sich um den sozialen Wohlstand, den sie vor Augen haben, ebenfalls betrogen. Und das ist eine gefährliche Mischung. Also man muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Man muss die, die man da hat und die integrationswillig sind, die müssen eine Chance haben, hier würdig zu leben und aufsteigen zu können. Und die, die gefährlich sind, muss man bitte zurückweisen. Und zwar sofort, möglichst noch bevor sie überhaupt unseren Boden betreten. Also die ganze Migrationspolitik ist eine reine Katastrophe, nicht nur bei uns, auch in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Großbritannien. Das geht nicht. Und ich sage nur eines dazu, es gibt den Begriff des Bevölkerungs-Dschihads und des politischen Dschihads, also des Heiligen Krieges. Es gibt Überlegungen, dass man sagt, naja, in diesen Ländern werden wir ja mal die Mehrheit sein und dann wird es in der UNO überhaupt kippen. Und dann ist es aus mit Israel. Ja, dann haben wir einen gesamten Staat, eine Staatenlösung, sogenannte Palästina, ja, wie das Mandatsgebiet. Und da sind wir dann die Mehrheit und dann ist es aus mit einem jüdischen Staat. Dann ist es nicht nur aus mit einem jüdischen Staat, dann ist es aus mit Juden im Nahen Osten und mit Christen im Nahen Osten, weil die werden umgebracht werden. Also so weit darf es nicht kommen und wir müssen diese Gefahr sehen. Also wir müssen uns bitte sehr, auch politisch wappnen. Eine kurze Werbepause und danach reden wir gleich weiter. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Freitagsduells mit Andréa Kdolzky und Ursula Stenzel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und wir haben ja schon sehr stark geredet über den ansteigenden Antisemitismus und da würde ich jetzt auch gern zur Regierung kommen. Die Regierung, also auch der Bundeskanzler Karl Nehammer, haben sich da jetzt doch sehr eindeutig positioniert. Wie ist da die Performance? Ich glaube, Frau Stenzel hat es vorhin gesagt und da bin ich ganz bei ihr. Der Punkt ist, es geht da nicht immer nur um Worte, sondern es geht da sehr stark um Taten. Also ich glaube auch und das war ja schon, wenn ich mich erinnere, die Fragestellung, wie die Flagge heruntergerissen worden ist. Man hat sich gewundert, warum eigentlich dort keine Sicherheitsmaßnahmen gesetzt worden sind und warum dort kein Schutz aufgestellt worden ist. Und jetzt passiert das, man nimmt das mehr oder weniger hin und jetzt passiert wenige Tage darauf wieder etwas und es ist eigentlich wieder nicht geschützt. Und da, glaube ich, ist es auch schon ein bisschen eine Halbherzigkeit, ohne jetzt immer in die kritische Regierungspresche zu springen. Es geht einfach darum, wie ich es vorher gesagt habe, wir müssen Bilder vermeiden. Und um Bilder zu vermeiden, muss diese Regierung jetzt nach Worten auch Taten setzen. Es ist gut, wenn sie Worte setzen, aber sie müssen Taten setzen und sie müssen jetzt schauen, dass diese Bilder einfach in Österreich verschwinden und nicht da sind. Und dass nächste Schritte gesetzt werden, die letztendlich dazu führen, dass man auch Erfolge anpreisen kann und sagen kann, wir sind dort und dort einfach erfolgreich gewesen. Ich sage jetzt etwas sehr Unbequemes, aber es gibt Politikwissenschaftler, Politologen, die auch etwas kritisch die Worte, die Äußerungen der österreichischen Bundesregierung, des Außenministeriums und so weiter hier sehen. Wir haben an sich natürlich keine Gesinnungsneutralität, aber wir sind immer noch verfassungsmäßig neutral. Was mir fehlt, mir fehlt trotz allem eine gewisse Ausgewogenheit. Auch unter dem Schock der Ereignisse, des Anlassfalles, könnte ich mir vorstellen, dass die österreichische Bundesregierung ein wenig sich auf ihre neutrale Position wieder zurückbesinnt und versucht hier mit auch Palästinensern, die ja hier sind, die ja einen Botschafter hier haben und so weiter, dass man hier nicht nur so, also sie verhalten sich, wie sich eine israelische Regierung verhalten muss. Aber wir sind eine österreichische Bundesregierung und wir hätten die Möglichkeit, unsere Neutralität anzubieten, nach Möglichkeit beiden Seiten. Nicht einer Terrororganisation, nicht sich ausreden, mit wem soll man reden. Zumindest einmal sagen, man sollte in beide Richtungen seine Fühler ausstrecken, um eine nachhaltige Lösung für das Nahostproblem zu finden. Darum geht es. Jetzt kann man gar nichts machen im Moment. Aber es darf nicht jede Perspektive zugeschüttet werden im Bombenhagel und in dem berechtigten Kampf der Ausschaltung der Hamas. Man muss den Schritt vorauslegen. Und es könnten, natürlich die USA machen das ja auch schon, die UNO halte ich für unglaubwürdig, die ist eine dritte Weltorganisation und im Sicherheitsrat gegenseitige Blockade, da kommt nichts raus dabei. Aber wir hätten jetzt eine Möglichkeit, wieder unsere Neutralität mit einem gewissen, mit einem politischen Handeln zu erfüllen. Und ja, das würde ich mir wünschen. Ich verstehe Sie nicht ganz, aber das macht nichts. Vielleicht können wir das noch im Gespräch aufklären, weil vorher haben Sie gesagt, wir dürfen unter gar keinen Umständen zulassen. Es ist traurig, wenn dort im Gazastreifen Menschen umkommen, aber die Bilder müssen weg, weil die müssen eben, so haben Sie das gesagt und so habe ich es auch verstanden. Mir geht es unter die engagierte Neutralitätspolitik. Ja, ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, Österreich ist das nicht mehr. Wir haben es längst vertan. Also, dass Österreich wirklich glaubt, dass wir noch einmal ein Mittler sind, wie wir es vielleicht vor 40 Jahren waren oder waren auch immer, also an das glaube ich nicht mehr. Aber damals hat es auch nichts gebracht, muss man auch dazu sagen. Aber wir waren zumindest ein bisschen so ein Umschlagplatz und haben uns wohlgefühlt dabei im Kalten Krieg und in dem Versuch irgendwo, da war auch Neutralität natürlich was anderes. Faktum ist, ich bin ganz bei Ihnen, ich bin völlig bei Ihnen, dass man natürlich audiator alterer Paars, ich bin Ärztin und ich habe beim ersten Mal, wie ich hier aufgetreten bin, gesagt, dass es für mich nicht geht, dass Kinder umgebracht werden, auch nicht aus Rache, ich bin auch kein Alttestamentarier mit Auge um Auge, Zahn um Zahn, das heißt, ich bin immer, immer eher jemand gewesen, der gesagt hat, man muss versuchen, dann doch letztendlich auch Menschenleben zu schonen, unabhängig davon, dass man natürlich auch völlig klar darauf hinweisen muss, dass hier 1700 Menschenleben nicht geschont worden sind. Also keine Frage. Ich halte die Diskussion um die österreichische Neutralität zum jetzigen Zeitpunkt natürlich für ein bisschen schwierig, weil anlassbezogen, und die muss man sich geben. Die wird man diskutieren müssen, nur glaube ich trotzdem, dass auch ein neutrales Land in der Lage ist, Aussagen zu treffen. Und ich muss deswegen, weil ich ein neutrales Land bin, nicht immer beide Seiten hervorheben, wenn ich der Meinung bin, dass eine Seite wirklich einen Pakt oder einen Akt begangen hat, der mit Menschlichkeit, Humanität und anderen Dingen nicht übereinstimmt. Aber nochmal, ja, offen für alles ist es. Ich habe einen, also angeregt zu dieser Äußerung hat mich also ein Essay und eine Stellungnahme von dem Politikwissenschaftler Heinz Gärtner, der immer wieder auf die Bedeutung auch jetzt der Neutralität auch Österreichs hinweist und vermisst, dass danach gelebt wird eigentlich politisch. Das kann, das ist in keiner Weise kann man ein Abstrich von der wirklichen massiven Verurteilung dessen, was Israel angetan wurde durch die Hamas, was die Palästinenser falsch gemacht haben in ihren politischen Organisationen seit Bestehen, was die arabischen Regierungen auch falsch gemacht haben. Aber die sind ja im Moment wesentlich besser. Man versucht ja, das Ganze hat sich ja auf die Untergrundorganisationen mehr oder minder verlagert jetzt. Und die Staaten versuchen sich zurückzuhalten, ja, auch wenn das das unsympathische Katar ist, ja, mit seinem Propagandasender Al Jazeera und der Finanzierung der Hamas, ja. Da weiß man ja nicht, in welchem Gesicht man da Glauben schenken darf. Aber sie werden natürlich verwendet als Wanderer und Vermittler in irgendeiner Form, ja, wie im Afghanistan-Krieg auch. Aber das, also man muss versuchen, auf staatlicher Ebene einfach auszuloten, ja, und auch auf europäischer Ebene. Die europäische Ebene ist leider so zersplittet, dass hier nichts dabei rauskommt, ja. Vielen Schlusswort. Alles gut. Dann danke ich Andrea Dolzke, danke Ursula Stenzel, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.